Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn in diesem Video geht es um den Begriff Hochsprache. Ja, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich in fast allen Videos im Deutschen sage oder das Deutsche, manchmal auch die deutsche Sprache. Ich gehe also davon aus, dass dir und mir klar ist, was damit gemeint ist, dass Deutsch also definiert ist und wir vom selben Deutsch sprechen. Ziemlich dumm von mir, denn wenn ich dir sage, dass ich liebe dir kein Deutsch ist, du aber aus Berlin kommst, dann wirst du mir wohl widersprechen. Ist ich liebe dir also ein deutscher Satz? Naja, grammatisch und von der Aussprache her scheint da etwas nicht zu stimmen. Aber deswegen zu sagen, dass der Berliner Dialekt keine deutsche Sprache ist, das geht ja dann auch wieder zu weit. Ich meine mit Deutsch, also genauer gesagt Hochdeutsch oder auch Standarddeutsch. Obwohl ich diesen Begriff eigentlich nicht gerne verwenden möchte, denn durch das Adjektiv Hoch in Hochdeutsch wird suggeriert, dass die Hochsprache über anderen Formen von Sprache stehen würde. Und auch in der Linguistik spricht man nicht von Hochsprache, sondern von Standardsprache. Und darum soll es jetzt gehen. Eine Hochsprache ist also eine Standardsprache, die häufig als Nationalsprache eines Landes dient. Zum Beispiel Französisch in Frankreich, Deutsch in Deutschland. Es gibt ein paar sehr wichtige Beobachtungen, die man macht, wenn man sich Standardsprachen anschaut, was ihre Eigenschaften sind. Eine Standardsprache wird durch Grammatiken, wie die Dudengrammatik im Deutschen, und Wörterbüchern festgehalten. Nur, wenn es diese gibt, spricht man von einer Standardsprache. Standardsprachen haben oft einen höheren Stellenwert. Das heißt, sie werden im Gegensatz zu Dialekten oder der Jugendsprache ja zum Beispiel als wichtiger oder auch als richtiger eingestuft. Drittens, mit Hilfe der Standardsprache kann man sich über eine größere Strecke noch gut verstehen. Das heißt, sie ist überregional. Ein Schweizer, der Deutsch spricht, der kann sich mit Hilfe der Standardsprache sogar in Bremen verständigen. Was im Mittelalter zum Beispiel völlig ausgeschlossen gewesen wäre. Viertens, Standardsprachen sind immer auch schriftlich. Das heißt, Standardsprache kann man schreiben, was bei Dialekten eben oft nicht der Fall ist. Berlinerisch zu schreiben ist zwar möglich, aber nicht geregelt. Jeder würde seine eigenen Regeln aus der gesprochenen Sprache ableiten. Zu einer Standardsprache existieren also Grammatiken und Wörterbücher. Fünftens, Standardsprachen stammen fast immer von Dialekten ab. Der Pariser Dialekt wurde zum Französischen. Der Dialekt aus Florenz zum Italienischen. Der Vorteil einer solchen Standardsprache ist also vor allem, dass man sich über ein sehr großes Gebiet hinweg verständigen kann. In der Schule und in den Medien wird darum auch Standardsprache verwendet. Ein Schulwechsel von Dresden nach Köln sollte trotz Entfernung also kein großes Problem sein. Sprache wird durch Standardsprache auch zum Allgemeingut von uns allen. Und dadurch kann ich in meinen Videos Beispiele verwenden und jedem ist klar, was ich damit meine. Aber eine Standardsprache steht nicht für immer fest. Sie verändert sich im Laufe der Zeit, theoretisch sogar jeden Tag, ohne dass wir es merken. Wenn ich nämlich schreibe, ich bestehe auf mein Recht, ja dann streicht mir kein Lehrer das als falsch an. Vor nicht allzu langer Zeit war das aber eindeutig falsch. Denn da galt, ich bestehe auf meinem Recht. Ganz aktuell ändert sich zum Beispiel die Verwendung von wegen. Wenn ihr in einem Aufsatz wegen dem Gespräch schreibt, dann wird euer Lehrer das vielleicht noch rot als Fehler markieren. Schließlich war lange Zeit wegen des Gesprächs richtig. Aber wegen dem Sprachwandel, oh jetzt werden mich alle in den Kommentaren haten, aber ich halte mich ganz einfach nicht an die Regeln. Also wegen dem Sprachwandel wird auch der Standard wieder beeinflusst. Das heißt, die Standardsprache von heute ist nicht die Standardsprache von morgen. Die Standardsprache in dieser Sekunde ist schon wieder eine andere als am Anfang des Videos. Vor allem, weil ich so oft wegen dem Sprachwandel gesagt habe. Einen reinen Standard spricht also keiner. Auch wenn sich das viele wünschen und damit prahlen. Wir sind das Bundesland, das am besten Hochdeutsch spricht. Völliger Unsinn, denn das gibt es ganz einfach nicht. Kurz zusammengefasst, die Standardsprache, auch Hochsprache und auf das Deutsche bezogen, Hochdeutsch oder Standarddeutsch, ist eine Variante des Deutschen, die standardisiert wurde. Und dadurch ist allen klar, was gemeint ist, wenn ich das Deutsche sage. So, dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Video. So, dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Video.